Hi Leute und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Ich habe mir noch mal gesucht wo diese Person hier steht, die Redaktionistin und sie hatte sich halt eingeschlossen weil die roboter amok gelaufen sind und ich habe noch mal nachgeguckt an zwei Orten sind Terminals wo du die Roboter deaktivieren kannst und wenn du das gemacht hast kannst du an der Sprechanlage vor ihr der Tür mit ihr reden sie macht auf und sie will sich jetzt bedanken okay und jetzt können wir sie mitnehmen nehme ich mal an mal gucken keine ahnung was sie uns gegeben hat aber wir hauen ab und sie wollte es zu Ground Breaker We've arrived at the Groundbreaker. Take someone to watch your back, please. Hello, you should... Then just don't. Okay. Then... Here, go over. We are now in orbit above Gorgon. I don't know what kind of messbasers choice made here, but it figures they leave it to someone else to clean up. So, und eigentlich müssten wir jetzt hierhin porten können, weil wir uns schlauerweise den Port dahin schon freigeschaltet haben. Let's hope Jasper's pharmaceutical special blend hasn't affected his voice enough to keep it from opening the door. Guess we're gonna have to listen to this Jasper guy one last time. This facility is currently experiencing a heightened security event. Accessing this facility requires voice modulated passphrase. Please speak the passphrase. We attest to the zest with our hand on our chest. Be impressed as our guest by what we finessed. You are blessed to ingest what we thoroughly test. You've tried the best. Now try the rest. Spacer's choice. Passphrase accepted. Access granted. Welcome, Dr Jasper Lowe. Oh yeah. Okay. Lex. So this is where Spacer's choice's top lab coats made their wonder drug. Yep. Looks like a mess. Looks like a mess. Show your boss that you are prime. Because you take the dream of time. You people never seem to take the hit. What again? And here I was hoping we'd have the place to ourselves. Must be our shadowy nemesis from the OCI. that is. Oh yeah. They're the magic favor. They're the magicż deep. They're right. War the magic vård. I, the magicESSIA. şekentしますじmeralpmereck to the love deceit goes by. Okay, vielleicht war das sogar richtig, dass wir hier hingegangen sind. Nicht auf die andere Seite. Schwere gepanzerte Gesichtsmaske. Elf Fuß. Wollt ihr mich verarschen? Durchsuchen. Aber sonst... Plünderer war das. Wir sind auf jeden Fall runter. Wir sind auf jeden Fall runter. also hätte rumschleichen können auf jeden fall die wird mir doch verarsch oh oh Oh... Hmm... Okay... I'll keep it down Sicherheitsschlüsselkarte Ah, da steht optional Hä? Okay Wenn das nur optional ist Two? They wanted to make sure they made all the bad decisions, didn't they? Mhm Hmm Here we go Point of the help, Captain I got him Never anger a man of the flaw We're not getting close Where's the last of them? Ablehnen Ablehnen Die Dinger wären hier bestimmt explodiert, wenn man da drauf geschossen hätte, ne? Ah Hmm Hmm Oh Of We have a fight on our hands! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Huh? Uff. Hm. Du hast überlebt. Du bist wunderschönlich mit meinem ganzen Plan, um dich zu enden. Wie unvergültig. Besonders nachdem ich so viel effort zu sehen, Gordon, in Frieden. Was? Warum wirst du auf dich zu erinnern? You know, the more they tell us to stop, the more I want to see what they're keeping us from. I dare say it seems like the inmates were running the asylum here. I've seen some reckless operations, but here? It's like they were trying to get people killed. I'd say everything did. This whole project wrought mental destruction on everyone involved, including themselves. All brought to you by Spacer's Choice's best and brightest. Yes, but it should have been obvious to anyone paying attention that this is where it would end up. Knowing how Byzantines treat failure like it's catching, I can see why we need one to clear the family name. Okay. Okay. Da 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 da. Da 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 da. Always a brilliant idea to use primals as test subjects. Nothing ever goes wrong. There we go. We didn't even get our hands dirty. We didn't even get our hands dirty. We went back this to a bed. We left her to bed. We للتعريبا We're still here. I took care of all the many people who are the most men that I do. We're still here. We're still here. We're still here and we're still here. We're still here. We're still here today. We're still here. We're still here. Yeah, so... Schanz-Korrosion. Nicht schlecht. Ich habe eben gedacht, warum? Warum ist hier unten noch was und einfach für das Schwert kann man hier nochmal hin. Okay. 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 Das mache ich dann erst mal. Okay, dann wäre das erst mal geschafft. Jetzt müssen wir auch dieses Fafka-Anlager-Ding machen. Okay. 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 Nochmal. Das macht den Kursions- und Strahlschaden höher. Schwere Waffen brauchen wir nichts mehr. Chie. Nei. Achso. 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 Okay. Genau, und hier war dieses Barriere-Ding. Wo die anderen nachgefragt haben, wie wir das abstellen können. Da hat er gesagt, wenn man tot ist. Das ist bestimmt der Rückweg dann. Prankt es mich? Es hat mich nicht mal genau auf den Punkt geportet. Ja, ja, ja. Ich werde dich finden! Danke! Bitte keine tödlichen Europa-Termine. Das ist wie ein Marauder's Armpit. Ich weiß, dass das Stench ist, aber ein Meager-Taste von was zu kommen. Vielleicht ist das falsche Wort für dich? Ja, ja, ja. Willkommen zum Human-People-Emporten, Spacer's Choice Facilität. Mein Name ist Dr. Marion Blakeslee. Und ich möchte euch alle begrüßen auf diese wichtigste Herausforderung. Diese veränderten, finde ich immer richtig schaden. Aber wir machen dann im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Ciao, Leute! Blechan! Vielen Dank!